Backgammon Backgammon ist ein Lifestyle und jeder kann dabei sein Skill und auch viel Lack, wir haben Spaß, ist pure Freiheit Zocken nicht auf Teilzeit, dieses Game ist unser Herz Es gibt Abs und es gibt Downs, es gibt Spaß und auch much mehr Diese Spannung und Dynamik ist unfassbar Halt die Augen auf und schau, dass es durchdacht war Manchmal geht es schnell und manchmal langsam Manchmal haben viel Geld, doch wahre Spieler gehen den Kampf ab Strategie und Taktik, da reicht nicht nur bloße Planung Es geht auf und es geht ab, da hilft dir auch keine Erfahrung Reiß die Steine auf dem Feld, 15 müssen aus dem Spiel Zeige keine Rücksicht, denn sonst wirst du gleich verlieren Viele Strategien, das ist gar nicht mal so einfach Backgammon oder Blitz, es gibt sehr viel und bringt dich weiter Denke nie an Scheitern bis zum Ende, alles offen Vor allem in den Moneygames, verschwende nicht die Groschen Mache deine Punkte mit den Bildern, leg die Steine auf die Bar Nur so sind sie geschlagen, es geht weiter, bleibe dran Viel Stil und auch viel Flair, das ganze Spiel ist sehr global Monte Carlo, Montenegro, alle lieben diesen Charme Sämtliche Nationen und Kulturen sind ein Teil Wir genießen diese Zeit, Spieler spielen niemals allein Brauchst du gutes Coaching? Ja, da hab ich einen Kontakt Der ist der Hirn-Akrobat mit voller Leidenschaft am Start Backgammon ist ein Lifestyle und jeder kann dabei sein Kein Skill und auch viel Luck, wir haben Spaß, ist pure Freiheit Socken nicht auf tight tight, dieses Game ist unser Herz Es gibt Abs und es gibt Downs, es gibt Spaß und auch mal mehr Diese Spannung und Dynamik ist unfassbar Halt die Augen auf und schau, dass es durchdacht war Manchmal geht es schnell und manchmal langsam Manchmal haunt viel Geld, doch wahre Spieler gehen den Kampf an Ich meide Versagen, doch bleib in der Lage Das Spiel zu gewinnen, will Steine abtragen Blick auf das Board und dann schaff ich es glaub Ich spiele das Holding Game, halte ihn auf Im Heimfeld des Gegners zwei Checker gesetzt Der Anker wirft aus, ich beende es jetzt Ich spiele ein Shrek mehr als zwei Spieler an dem Board Der ausführende Käpt'n Mann, wir lieben diesen Sport Backgammon lässt das Herz erwärmen, ich bin kein Ego-Man Doch ich kann sehr stolz sein, das beschreibt hier meine Elo-Zahl Alles so umfassend, fasziniert einfach den Geist Sehr viel Liebe zum Detail, manchmal verdient man einen Preis Turniere in Hotels und schönen Orten dieser Welt Fehler werden dann als Quote der Performance-Rate erstellt Doppelschlag nach 41, nur nach reinem Einer-Split Es gut nimmt man die Taktik, gibt sehr viele, spielen weiter Hit Backgammon ist ein Lifestyle und jeder kann dabei sein Skill und auch viel Luck, wir haben Spaß, ist pure Freiheit Socken nicht auf Teilzeit, das Game ist unser Herz Es gibt Abs und es gibt Downs, es gibt Spaß und auch mehr Backgammon ist ein Lifestyle und jeder kann dabei sein Skill und auch viel Luck, wir haben Spaß, ist pure Freiheit Socken nicht auf Teilzeit, dieses Game ist unser Herz Es gibt Abs und es gibt Downs, es gibt Spaß und auch mal Schmerz Diese Spannung und Dynamik ist unfassbar Halt die Augen auf und schau, dass es durchdacht war Manchmal geht es schnell und manchmal langsam Manchmal unviel Geld, doch wahre Spieler gehen den Kampf an Backgammon ist ein Lifestyle Jeder kann dabei sein Haben Spaß, ist pure Freiheit Wir haben Spaß, ist pure Freiheit Socken nicht auf Teilzeit, das Game ist unser Herz Abs und es gibt Downs, es gibt Spaß und auch mal Schmerz Das macht es nur mit dem Kopf, ist viel Spaß und auch mal Schmerz Untertitelung des ZDF, 2020